Wir müssen eine Medienpolitik über die Parteien hinweg machen und das ist gute Praxis in der föderalen Verantwortungsgemeinschaft der Länder und wenn Sie mal schauen, in der Rundfunkkommission haben wir sehr viele Regierungen, die dort gebildet werden. Wir haben verschiedene Regierungschefinnen und Regierungschefs und wir brauchen eine Medienpolitik für alle. Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein kann. Heike Raab, Staatssekretärin, Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz, dem Vorsitzland der Rundfunkkommission der Länder, die ich seit sechs Jahren schon koordinieren darf. Ein Jahr Medienstaatsvertrag, so war auch die Veranstaltung überschrieben, auf der Sie gerade waren. Lassen sich Facebook und Co. so einfach kontrollieren mit einem Vertrag? Es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht um Regulierung und es geht um kluge und es geht um faire Regulierung und man muss sich die Medienwelt in den Plattformen und Suchmaschinen ja auch ein bisschen so vorstellen wie so ein chaotischer Straßenverkehr. Vielleicht nicht hier im geordneten München, sondern im chaotischen Berlin und da muss man eben Vorfahrtsregeln und sowas beachten. Und ein Jahr Medienstaatsvertrag, da will ich sagen, wir haben ein paar Vorfahrtsregelungen eingeführt und wer da sich nicht dran hält, der wird auch mit Ordnungswidrigkeiten versehen und das ist für uns einfach ganz wichtig. Denn wir brauchen Spielregeln in der Demokratie, um Vielfalt, Pluralismus und kommunikative Chancengleichheit zu sichern. Wenn wir das mal konkret machen, gibt es schon Erfahrungen, wo Sie sagen, das funktioniert ganz gut und an der Stelle müssen wir vielleicht nach einiger Zeit mal nachbessern? Ja, wir haben ganz klar gesagt, wir wollen haben, dass sich auf den Plattformen oder bei den Suchmaschinen, dass hier ganz klar ein Diskriminierungsverbot gilt, dass man sich auch an Transparenzvorgaben hält. Also transparent muss gemacht werden, warum wird welche Information oder welcher Inhalt welcher Content nach vorne gerankt und andere findet man nur ganz schlecht. Und drittens gilt es natürlich auch Standards einzuhalten, also jugendgefährdende Dinge gehören da nicht hin. Und wir und auch andere Themen sind Sorgfaltspflichten, Desinformation, will das nicht aufweiten, aber wir sehen gerade bei Transparenz und Diskriminierungsfragen, da halten Sie sich jetzt dran. Da ist zwar noch Luft nach oben, aber es ist deutlich besser geworden. Die technische Entwicklung ist rasant. Kaum hat man sich was überlegt, wie man etwas regeln kann, ist die nächste Plattform am Start. Wie kommt man da hinterher als Politik? Wir haben auch uns mit den Verfahren umgestellt. Als wir vom 23. Rundfunkstaatsvertrag zum ersten Medienstaatsvertrag sind, haben wir ein sehr breites Beteiligungsverfahren online durchgeführt, zwei sogar. Und das werden wir jetzt wieder tun und das ist geübte Praxis. Wir haben jetzt letzte Woche auf der Rundfunkkommission der Länder den Barrierefreiheitsstaatsvertrag auf den Weg gebracht. Das wird der zweite Medienstaatsvertrag. Und auch hier haben wir natürlich die Interessensverbände beteiligt. Und wenn wir jetzt Jugendmedienschutz fortentwickeln, läuft das ganz genauso. Public Value, also eine hohe Qualität, ist ja auch ein Anspruch, den man hat in der Medienpolitik. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es sozusagen schon im System immanent als Programmauftrag. Bei den Privaten muss man auch ein bisschen drauf schauen. Schafft man das mit Regeln oder muss die Politik an der Stelle auch Geld in die Hand nehmen, um qualitätbewusst zu fördern? Sagen wir es mal so. Wir haben jetzt ein gewisses Anreizsystem geschaffen, Incentives, wie man es dann schön auf neudeutsch sagt. Es geht darum, dass wir die Anbieter und die Angebote, die eben Public Value Inhalte liefern. Und da haben wir eine Reihe von Kriterien aufgestellt, die man erfüllt haben muss, dass die sich bewerben können. Und es soll jetzt in einem transparenten, nachvollziehbaren Verfahren über die Landesmedienanstalten definiert werden, welche Inhalte dann privilegiert werden durch eine bessere Auffindbarkeit. Und der Anreiz ist, wer Public Value macht, wird besser gefunden. Nun gibt es bei uns sicherlich Probleme, aber im Vergleich zur Pressefreiheit in anderen europäischen Nachbarländern, ich denke an Polen und Ungarn, sind wir im Moment eine Insel der Seligen. Wie sehr macht Ihnen das auch Sorge als Medienpolitikerin, was da gerade läuft? Mir macht das ganz große Sorgen, insbesondere wenn ich auch die wichtige Arbeit von Reporter ohne Grenzen sehe. Dass hier, und wir haben ja viele Herausforderungen, sie haben das europäische Ausland, aber wir könnten auch den Blick auf die ganze Welt richten, wo Journalistinnen und Journalisten umgekommen sind, wo sie verhaftet werden, wo sie sogar tödlichen Anschlägen, selbst bei uns auf Malta, ausgesetzt worden sind. Aber wir erleben auch in Deutschland Hass und Hetze gegen Reporterinnen und Reporter, Angriffe auf Teams der öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Anstalten. Wir müssen hier ganz klar Farbe bekennen seitens der Politik. Wir brauchen aber auch Verfolgen und Löschen. Das ist etwas, was wir auch in vielen Ländern aufgesetzt haben. Das heißt, eine konsequente Verfolgung dieser strafrechtlich relevanten Vorfälle. Ich komme nochmal nach Deutschland zurück. Sie sind aus Rheinland-Pfalz, da gibt es eine Ampelregierung, das haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bald auch im Bund. Gibt es eine Ampel-Medienpolitik? Unterscheidet die sich? Oder sagen Sie, es hat mit Parteipolitik eigentlich wenig zu tun an der Stelle? Wir müssen eine Medienpolitik über die Parteien hinweg machen. Und das ist gute Praxis in der föderalen Verantwortungsgemeinschaft der Länder. Und wenn Sie mal schauen, in der Rundfunkkommission haben wir sehr viele Regierungen, die dort gebildet werden. Wir haben verschiedene Regierungschefinnen und Regierungschefs und wir brauchen eine Medienpolitik für alle. Unsere Intendantin war vor wenigen Tagen hier auf dem Stand und hat gesagt, sie kann sich durchaus vorstellen, dass der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen flexibler wird und wir selbst entscheiden können, wo wir Inhalte transportieren, auf welcher Plattform und wir vielleicht ein bisschen wegkommen von dem recht starren Rahmen, so und so viele Hörfunkkanäle, so und so viele Fernsehkanäle. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, in die Richtung wird es gehen? Wie flexibel können Sie es sich vorstellen? Es muss ganz klar in die Richtung gehen. Und es ist ja eine Frage, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer eine gewisse Bezahlschranke überwinden muss. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger bezahlen für die Grundversorgung und dafür bekommen Sie auch einen Auftrag, der sagt nämlich, dass Information, Bildung, Kultur, Beratungsangebote kommen, aber auch Unterhaltung, wenn es dem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht. Das ist für uns wichtig. Es muss alle erreichen. Und das, was ich gerade genannt habe, das werden wir in einer Schärfung des Auftrages seitens der Länder nun fortschreiben. Letzte Woche auf der Sitzung der Rundfunkkommission der Länder haben wir beschlossen, die neuen oder die Modernisierung und digitale Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die Anhörung zu geben. Das heißt, wir haben einen fast fertigen Staatsvertrag. Flexibilisierung des Programmauftrages bedeutet, dass Sie Ihrer Aufgabe die digitale Transformation besser bewerkstelligen können. Denn das Mediennutzungsverhalten hat sich geändert. Aber wir können seitens der Länder einiges ändern. Aber nicht alles. Wir werden weiterhin ARD, ZDF, aber auch Arte und Dreisat, wo wir ja internationale Verträge haben, aber auch die dritten Programme, Deutschlandradio, weiter linear beauftragen, aber natürlich auch ermöglichen, auf allen Plattformen zu sein. Aber die Zahl der Hörfunkprogramme, da müsste in Ihrem Fall der Bayerische Landtag entscheiden, weil das separat festgelegt ist. Ich wohne im Südwestrundfunk-Einzugsgebiet. Auch das ist in einem Staatsvertrag zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg festgelegt. Also wir wollen den Startschuss geben seitens der Rundfunkkommission der Länder. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn eben dieser Prozess auch fortgesetzt werden könnte, eben auch in den Ländern, in den jeweiligen Staatsverträgen. Letzte Frage, Frau Raab. Auf diesen Medientagen gibt es so einen Trend Richtung 360 Grad, also dass nicht nur Inhalte angeboten werden, sondern auch die passenden Geräte dazu. Das ist ja etwas, was dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise gar nicht möglich ist. In dieser Form dieses Alles aus einer Hand, ist das etwas, wo Sie sagen, da schauen wir jetzt mal zu, wie die Entwicklung sich weiterentwickelt, oder ist das etwas, wo man sagt, da müssen wir vielleicht noch mal genauer hingucken, früher oder später? Gerade Medienpolitik, Medienrecht ist immer working in progress, weil es so viele technische Neuerungen gibt. Und ich sage manchmal, wie im Fußball sagt man ja immer, vor dem Spiel oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so ist das bei uns auch immer nach dem Staatsvertrag, ist gleich wieder vor dem Staatsvertrag. Wir wollen haben, dass wir mit den medialen Angeboten im Sinne des Pluralismus immer alle, jüngere und ältere Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen erreichen wollen. Deshalb sind wir immer dabei zu schauen. Herzlichen Dank, Frau Rapp. Gerne, ich habe mich gefreut, hier zu sein.